Hallo und herzlich willkommen zu Teaster Tech Movie Edition. Eine Spezialausgabe, in der es mal nicht um Technik geht, sondern um Filme. Ich habe nämlich neben Technik auch noch ein großes Hobby und das sind Filme. Ich sammle schon seit Ewigkeiten Filme, da sind mittlerweile auch einige zusammengekommen. Ich habe mittlerweile doch eine kleine Sammlung, denn ich sammle diese wirklich auf Blu-ray. Und davon möchte ich euch meine fünf Lieblingsfilme einmal gerne zeigen. Als es darum ging, meine fünf Lieblingsfilme rauszusuchen, ist mir das natürlich super, super schwer gefallen. Ich habe erst überlegt, ob ich eine Top Ten mache, das war mir dann aber zu lang. Und so musste ich wirklich mich hart entscheiden. Und es gibt quasi ein paar Honorable Mentions, muss man wirklich sagen. Das ist mir an der einen oder anderen Stelle nicht leicht gefallen. Da waren zwei Filme 50-50 und ich habe mich dann quasi einfach für einen entschieden. Das sei schon mal an dieser Stelle dazu gesagt. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr vielleicht noch mehr über meinen Filmgeschmack oder überhaupt über Filme erfahren wollt, dann würde ich auch vielleicht davon nochmal ein Video machen. Ansonsten sind jetzt hier auf jeden Fall meine fünf Lieblingsfilme. Als erstes haben wir da Der Flug des Navigators. Das ist sicherlich einer der Filme, der in meiner Liste jetzt ziemlich unbekannt sein wird. Und die anderen Filme, kleiner Spoiler, die werdet ihr sicherlich kennen. Den werden die wenigsten kennen. Aber das ist tatsächlich einer meiner absoluten Jugend-Sci-Fi-Lieblingsfilme. Von der Kategorie her würde ich sagen, das geht als Familienfilm durch und ähnelt sehr stark E.T. hat natürlich eine ganz andere Geschichte dahinter, aber so vom Genre ist es eben so ein Sci-Fi, E.T.-like Familienfilm. Freigegeben ist der Film ab FSK 6. Also das zeigt auch, dass er sehr familientauglich ist. Und ja, worum geht es in Der Flug des Navigators? Der Film ist von 1986, also auch schon ein bisschen her. Aber der ist einer von diesen coolen, wie E.T. eben auch, so 80er Jahre NASA-Filmen, sag ich mal. Wo eben, ja, so Area 51-mäßige Vibes, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, so mitschwingen. Und solche Filme mag ich auch sehr. Ihr werdet auch sehen, meine Liste besteht sehr aus alten Filmen. Da hat es tatsächlich kaum ein neuer Film reingefunden. So die 80er, 90er Jahre Filme, da sind doch so richtig große Klassiker entstanden, finde ich persönlich. Und somit ist dieser Film auch aus dieser Zeit. Das gibt euch eine ungefähre Vorstellung, wie der Film aussieht und was er für Vibes hat. Ebenso, wie ich es schon gesagt habe, so E.T. Vibes, NASA-mäßig Raumschiff. Worum geht es? Der Junge hier, der David, der, ich spoiler übrigens nichts, ich will nur grob die Handlung sozusagen umreißen. Der Junge hat ein heiles Familienleben, er hat noch einen älteren Bruder und, ja, eine kleine amerikanische Familie ist das sozusagen. In Florida leben die und alles ist super, die haben einen Hund und spielen und so weiter und so fort. Dann ist es so, dass er eines Abends den Hund sucht, weil er weggelaufen ist, im Wald und da fängt es dann schon an, so mysteriös und ein bisschen gruselig zu werden. Und dann fällt er einen Abgrund runter. Und als er wieder aufwacht, wie gesagt, das ist jetzt kein Spoiler, weil das sind die ersten fünf Minuten oder zehn Minuten des Films. Als er wieder aufwacht, geht er natürlich nach Hause und macht die Tür auf und stellt auf einmal fest, dass seine Eltern da nicht mehr wohnen oder dass seine Familie da sozusagen nicht mehr wohnt. Und stattdessen macht ihm eine alte Dame sozusagen die Tür auf in seinem eigenen Haus. Und dann kurz danach wird klar, es ist eine ganz andere Zeit. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wie viele Jahre in der Zukunft, aber es sind so irgendwie zehn, zwanzig Jahre ungefähr, nagelt mich nicht darauf fest, sozusagen vergangen, seit er in diesen Wald gelaufen ist. Und damit beginnt so dieses ganze Mysterium, wieso, was ist mit den zwanzig Jahren passiert? Er ist nicht gealtert sozusagen, also er ist immer noch der gleiche Junge, aber alles rundherum ist zwanzig Jahre älter geworden. Und dementsprechend, er weiß nicht, wo seine Eltern sind und so weiter und so fort. Und die Ärzte machen dann einige Tests mit ihm und stellen dann fest, dass in seinem Gehirn quasi Daten sind. Also irgendwie ist sein Gehirn überflutet mit Frequenzen und Daten. Und so kommt dann langsam eine Geschichte zustande, wo klar wird, die NASA schaltet sich da quasi mit ein, dass mit diesem Jungen irgendwas Besonderes passiert ist. Und alles andere will ich euch nicht spoilern sozusagen. Der Titel heißt ja Der Flug des Navigators. Das lässt ja schon so ein bisschen ahnen, was David dann auch noch vielleicht macht oder ja, was sozusagen da noch passiert. Ich kann euch den Film wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Wenn ihr einen Familienfilm sucht und grob auf E.T. steht, dann ist das ein Must-Have-Film sozusagen. Den muss man mal geguckt haben. Ich kann euch an der Stelle sagen, dass der Film auf Apple TV zu bekommen ist, auf Amazon, auf Maxdome und auch auf YouTube. Also falls ihr da Bock habt, sozusagen den euch anzuschauen, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ach ja, übrigens noch eine witzige Sache. Und zwar die ganz junge Sarah Jessica Parker spielt hier mit. Noch weit, weit vor Sex and the City. Also da war sie sehr, sehr jung. Ich glaube so 19 oder sowas. Sie spielt hier auch mit. Mein nächster Film ist aus dem gleichen Produktionsjahr. Und zwar aus 1986. Und zwar ist das Top Gun. Ich weiß nicht, ob den viele eigentlich auf dem Schirm haben oder kennen. Für mich ist das so ein Film, der schon immer da war, muss ich sagen. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, ich weiß, hier gibt es zwei Sachen, die viele stören dran könnten. Zum einen ist es Tom Cruise selbst. Er hat ja jetzt nicht gerade den besten Ruf. Ich kann das aber sehr gut trennen zwischen dem Schauspieler Tom Cruise und Privatleben. Ich finde, das gibt es bei ganz vielen Stars und Sternchen, dass man die vielleicht irgendwie im Sport oder auf der Leinwand oder in der Kunst oder was auch immer cool findet. Aber im Privatleben sind die dann auch ein bisschen verrückt und so weiter. Ich mag Tom Cruise, muss ich ganz ehrlich immer offen sagen. Aber ich trenne das wirklich ganz hart zwischen dem Schauspieler und Privat. Was der Privat macht, interessiert mich nicht. Und ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass er ein absoluter Unmensch ist. Sonst dürfte er ja auch aktuell gar keine Filme mehr machen. Also von daher, man weiß nicht, wie er genau tickt. Aber das ist mir auch an der Stelle nicht so ganz wichtig. So, das Zweite, was hier einige stören könnte, ist, es geht im weitesten Sinne um Militär. Also sprich um die Navy, um Kampfjets. Aber aus meiner Sicht spielt das hier fast auch nur eine Nebenrolle. Also eigentlich ist das ein Film über Liebe, über Freundschaft und über mit Rückschlägen umzugehen eigentlich im Leben. Also sich auch wieder aufzuraffen und weiterzumachen und ja, mit Schicksalsschlägen sozusagen klarzukommen. Ich liebe an diesem Film den Soundtrack. Also der Soundtrack ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilmsoundtracks ever. Viel von Kenny Logans hier, Danger Zone und solche Songs liebe ich einfach. Ja, und ansonsten verbindet mich viel mit dem Film, weil ich habe früher selber mal Segelfliegen tatsächlich gemacht. Also ich war auch so ein kleiner Pilot mal früher. Und irgendwie zu der Zeit ist der Film auch bei mir groß geworden, weil das unter Fliegern auch so ein beliebter Film einfach ist. Und ja, ich mag den. Das ist auch so ein typischer 80er Jahre Film. Und den habe ich auf jeden Fall gefressen. Ist auch, was heißt auch, ist FSK 16, gilt als Actionfilm, würde ich dann doch noch sagen, mit tiefgründiger Geschichte. Ja, hier spielt Tom Cruise mit, dann spielt aber auch noch Will Kilmer mit. Mac Ryan spielt mit, Tim Robbins spielt hier mit. Also auch so ein paar Namen, die man von später dann auch noch durchaus kennt. Streaming-Anbieter sind hier Apple TV, Amazon, Max, Dome und YouTube. Kann ich euch also auch sehr, sehr empfehlen. Wir machen chronologisch weiter in der Filmproduktionszeit. Und zwar sind wir jetzt bei 1993 angekommen. Und mein nächster Lieblingsfilm ist Jurassic Park. Den werden sicherlich alle kennen, weil das ja immer noch eine laufende Reihe ist. Jetzt demnächst kommt, glaube ich, wieder ein neuer Jurassic Park Evolutions in die Kinos. Ja, das ist aber der allererste von allen. Und dieser Film hat wirklich Hollywood und Filmgeschichte geschrieben. Denn vor diesem Film wurde nie so realistisch ein Dinosaurier dargestellt. Das kannte man in dieser Qualität nicht, weil hier sieht es ja wirklich schon aus wie echte Dinosaurier. Das ist heutzutage natürlich für uns aus den Marvel-Filmen und so weiter nichts Besonderes. Alles kommt aus dem Computer. Oder wer die Realverfilmung von König der Löwen gesehen hat zum Beispiel. Oder auch das Dschungelbuch, die Realverfilmung. Das ist alles aus dem Computer. Von daher, heute ist es natürlich nichts mehr Besonderes. Aber dieser Film ist von 1993 und damals war das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Dann ist es eben auch hier so, ich liebe ebenfalls hier den Soundtrack. Diese Titelmelodie von John Williams ist einfach legendär und einer der größten Filmthemes, die es, glaube ich, jemals gab. Das ist einer der wenigen Filme, die ich zweimal im Kino geguckt habe tatsächlich. Also da bin ich nochmal ins Kino für gegangen, weil ich das einfach so krass fand. Und diese ganze Welt. Ich fand auch damals diese Fahrzeuge so cool und so weiter. Ich liebe einfach wirklich Jurassic Park. Es ist einer der größten Filme der Filmgeschichte, finde ich. Muss jeder gesehen haben. Ich kann euch hier die Blu-ray-Version, die Remastered empfehlen. Das ist die 3D-Version. Die kann man aber auch ohne 3D gucken. Das wurde ja nochmal remastered. Die sind heutzutage immer noch sehr, sehr gut guckbar. Und ja, für mich sozusagen ein absoluter Lieblingsfilm. Streaming geht hier auf Netflix, Apple TV, Amazon, Maxdome und YouTube. Also sollte für euch möglich sein, den auch zu gucken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Als nächstes haben wir Apollo 13. Der Film ist von 1995 und erzählt die wahre Begebenheit von dem Unglück Apollo 13. Diese Mission fand am 11. April 1970 statt. Und hieraus entstammt dieser berühmte Satz, Houston, we have a problem. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und genau das ist aus diesem Film bzw. aus dieser Geschichte. Und die Astronauten sollten eigentlich auf dem Mond landen, wie auch Apollo 11. Und wären dabei aber fast ums Leben gekommen. Und Gott sei Dank sozusagen, kleiner Spoiler, aber das ist die Geschichte, ist da schon der Spoiler. Also ich meine die reale Geschichte. Sie haben das halt alles überlebt. Und in diesem Film sieht man eben, wie das sozusagen wohl gewesen ist. Und mir gefällt an dem Film zum einen Tom Hanks. Der ist der Hauptdarsteller. Der macht das in diesem Film wirklich sehr, sehr gut. Zum anderen finde ich, man wird total gut in diese Zeit reingesaugt. Also 1970 wird sehr gut dargestellt. Auch die ganze Technik von dieser Apollo 13-Rakete, wenn die abhebt alleine und so weiter. Und auch im Weltraum die Szenen mit der Schwerelosigkeit und so weiter. Alles super gut gemacht. Und es ist einer von diesen, ja, Realkatastrophenfilmen. Für mich sozusagen hat der Film irgendwas, was es sich lohnt auch immer wieder anzuschauen. Ich mag den, aber ich stehe eben auch so ein bisschen auf Weltraum und Sci-Fi und so. Das muss man sicherlich ein bisschen auch mögen. Kann ich euch aber sehr, sehr empfehlen. Streaming-Anbieter sind hier Apple TV, Amazon, Max, Dome und YouTube. So, der letzte Film wird jetzt vielleicht etwas überraschen. Und zwar ist es tatsächlich Titanic. Ja, ich finde, zu Unrecht früher galt das als so ein bisschen Liebes-Nur-Liebes-Film und alle Frauen finden Leonardo DiCaprio so toll und deswegen muss man den gucken und so weiter. Ist ja vielleicht auch alles richtig. Aber ich muss gestehen, ich habe diesen Film 1997 im Kino geguckt. Und mich hat der beeindruckt, weil dieser Film, finde ich, saugt einen so in einen Bann, weil man wirklich das Gefühl hat, diese Titanic ist da auf der Leinwand. James Cameron hat das so aufwendig und so genial einfach hinbekommen. Diese ganzen Szenen, wenn die ablegt, wie die da auf dem Schiff unterwegs sind, wie es da natürlich auch untergeht und so weiter. Das fand ich auch wieder technisch beeindruckend, auch diese großen Maschinenräume, die dann da laufen und so weiter, wo die Leute die Kohle reinschippen. Das fand ich im Kino damals zum Beispiel auch total beeindruckt. Und dann, wie gesagt, dieses ganze Drama des Untergangs. Wasser läuft rein, die bricht auseinander und so weiter. Und ich muss gestehen, ich mag Leo. Also auch heute. Ich bin Leonardo DiCaprio-Fan. Ich finde, das ist ein grandioser Schauspieler. Ich gucke mir eigentlich jeden Film gerne mit ihm an. Auch Kate Winslet mag ich und mochte ich seitdem schon. Klar, es ist da eine Liebesgeschichte, aber es sind tolle Schauspieler. Es ist ein atemberaubend gemachter Film. Und vielleicht, um da auch ein Fazit bei all diesen Filmen zu ziehen, ihr merkt schon, vielleicht fasziniert mich das auch oft, dass die Filme so gut gemacht sind und dass man sich da wirklich reinversetzen kann. Sei es jetzt Jurassic Park, Apollo 13 oder Titanic. Das wirkt halt alles irgendwie auch echt und ja, also so imposant. Und ich habe diese Filme halt alle damals im Kino geguckt. Vielleicht sind es auch deswegen meine fünf Lieblingsfilme, weil ich die quasi aus meiner Jugend wirklich kenne. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe ja gesagt, ein paar Honorable Mentions sozusagen habe ich definitiv. Auch ältere Filme muss man sagen, aber knapp reingeschafft oder knapp nicht reingeschafft. Zum Beispiel hat es König der Löwen, also auch im Zeichentrick-Genre wahrscheinlich mein Lieblingsfilm überhaupt. König der Löwen, die Originalversion. Zurück in die Zukunft, die Trilogie sozusagen auch mega. Ich musste mich halt entscheiden. Bei Zurück in Zukunft habe ich es nicht gemacht, wegen der, weil es eine Trilogie ist sozusagen. Ja, und ich habe noch einige, einige mehr Filme. Wenn euch das Format gefällt sozusagen, dann mache ich gerne nochmal eine Ausgabe. Das soll es mit diesem Special jetzt hier aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es soll so ein bisschen Jahresabschluss-Special sein. Einfach ein bisschen, um euch zu unterhalten. Ein bisschen mehr auch über mich zu erzählen vielleicht. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Feiert schön Silvester, auch ohne Böller leider. Mich stört das ein bisschen, dass man Raketen nicht abfeuern darf oder kann. Gut, aber habt viel Spaß. Macht eine Gaudi draus, soweit es geht. Und dann freue ich mich auf das Jahr 2022 mit euch. Und schaltet fleißig wieder ein. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin. Tschüss.